Auf dem Gräberfeld am Bautzener Karnickelberg haben am vergangenen Sonnabend etwa 60 Besucher des Gefangenenaufstandes vom 31. März 1950 in der Haftanstalt Bautzen gedacht. Damals war der erste und größte Häftlingsaufstand in der DDR brutal niedergeschlagen worden. Viele der gegen die unmenschlichen Haftbedingungen im Bautzener gelben Elend aufbegehrenden Gefangenen wurden schwer verletzt. Im Laufe der Jahrzehnte geriet der Aufstand in Vergessenheit. Die Geschichte des Lagers und Gefängnisses war an der DDR ein Tabu. Alexander Latotzki, Vorsitzender des Bautzener Komitees, erinnerte an die Hoffnung auf eine menschlichere Behandlung der Gefangenen, die mit der Übergabe des sowjetischen Speziallagers an die DDR-Organe verbunden gewesen waren und wie bitter diese enttäuscht wurden. Er selbst war 1948 im Lager zur Welt gekommen. Heute müssen wir nicht mehr schweigen, sondern haben die Pflicht, über das Unrecht zu sprechen, so Latotzki.